Michael Nast, Berliner Schule, Großstadtkolumnen, gelesen vom Autor selbst und Oliver Koritka. Ready? Ja? Gut. Der bessere Berliner. Kürzlich erhielt ich wieder einen dieser Anrufe. Freunde aus Köln waren für einige Tage in der Stadt und wollten wissen, wo sie abends noch feiern können. In solchen Dingen gelte ich wohl als richtiger Ansprechpartner, als Experte. Man sieht mich sozusagen als Insider des Berliner Nachtlebens, der Mann, der sich in der Szene auskennt, der Mann, der die richtigen Tipps geben kann. Bei realistischer Betrachtungsweise muss ich bekennen, dass das leider ein großes Missverständnis ist. Es schmeichelt sicherlich meine Eitelkeit, ist aber dennoch ein Missverständnis. Ich bin eher jemand, der sich bei Fragen nach dem richtigen Club ein wenig schwer tut. Mir fallen zwar sofort relativ viele Möglichkeiten ein, oft verwerfe ich meine Ideen jedoch schnell wieder. Vielleicht liegt es an diesem, wenn wir schon mal in Berlin sind, muss es sich lohnen und jetzt bist du dafür verantwortlich unter Ton. Vielleicht liegt es daran, dass ich etwas Außergewöhnliches empfehlen möchte. Etwas Cooles. Meinen Freunden will ich natürlich mehr bieten. Ich möchte ihnen einen Insider-Tipp geben. Sie sollen sich nicht als Touristen fühlen. Es ist ja so, die hippen und coolen Berliner Clubs werden ja vornehmlich von Touristen besucht. Auch von Touristen, die schon ein wenig länger in Berlin leben. Clubs wie White Trash, Panorama Bar oder Rodeo stehen schließlich in jedem Artikel, der sich mit der hippen Metropole Berlin befasst. Und Berlin scheint ja gerade mal wieder sehr hip zu sein, denn momentan gibt es viele dieser Artikel. Abgesehen davon fällt eine schlechte Empfehlung ja schnell auf einen zurück. Das ist dann so ähnlich wie, als würden die euphorischen Berlin-Besucher mich in meiner Wohnung besuchen, um begeistert in einem, davon muss ich zu Hause aber etwas erzählen können, Abend zu starten. Und ich öffne ihnen im violetten Trainingsanzug die Tür, lege erstmal eine Peter-Maffei-CD ein und stelle eine Flasche Eierlikör auf den Tisch. Man merkt, der Druck wird größer, wenn man als Insider des Berliner Nachtlebens gilt. Um ehrlich zu sein, wir Berliner sind auch untereinander ziemlich ratlos, wenn es darum geht, in welche Clubs man gehen kann. Vor einiger Zeit hat mich meine beste Freundin Maxi gefragt, ob wir mal wieder zusammen ausgehen wollen. Ich gehe gern mit Maxi tanzen, zum einen, weil man mit ihr Spaß haben kann, zum anderen, weil mir vor einiger Zeit ein Bekannter anvertraut hat. Männer würden auf das weibliche Geschlecht wesentlich attraktiver wirken, wenn sie schöne Frauen zum Lachen bringen. Auf die »Wo wollen wir eigentlich hingehen?« Frage folgte erst einmal eine etwas verhaltene Stille. Dann wurden die ersten Vorschläge gemacht und auch schnell wieder verworfen. Letztendlich gingen wir nicht zum Tanzen. Wir gingen in ein Restaurant am Helmholzplatz. Wir bestellten uns Weizen, stiegen dann jedoch relativ schnell auf Wodka Red Bull um. Ab diesem Punkt entwickelte der Abend eine gewisse Eigendynamik. Als Maxi auf der Toilette war, sagte die Kellnerin zu mir, »Ich habe noch niemanden gesehen, der bei seinem ersten Date so viel trinkt.« »Ein erstes Date also.« »Insofern weiß ich jetzt, wie Männer wirken, wenn sie schöne Frauen zum Lachen bringen.« Maxi, die hin und wieder modelt und ihre bisherige Modelerfahrung gern mitsetzen wie, »Es ist auch einfacher als zum Beispiel im Studium ein Referat zu halten. Man muss nicht reden.« Zusammenfasst hat letztens bei Google Leberschaden nach dauerhaftem Alkoholgenuss eingegeben. Sie hatte hier irgendwo rechts unten Schmerzen und befürchtete wohl, ihre Leber befinde sich bereits in einem riskanten Stadium einer durch Alkohol bedingten Leberverfettung. Sie ist 26 Jahre alt. Und als ausgewiesene Alkoholikerin würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen. Wesentlich bedenklicher finde ich zum Beispiel die Aussage meines Bekannten Marco, der in regelmäßigen Abständen in Bezug auf seinen Alkoholkonsum der Hoffnung Ausdruck gibt, endlich mal wieder festen Stuhl zu haben. Vor einiger Zeit ging Maxis beste Freundin Nadine davon aus, sie hätte Augenlidkrebs. Augenlidkrebs. Maxi erzählte mir das in einem Tonfall, als würde sie es für eine überlegenswerte Diagnose halten. Nun, ich bin kein Experte, doch selbst für einen Laien wie mich klingt eine solche Theorie ein wenig weit hergeholt. Offensichtlich sozialisiert der Umgang mit Hypochondern wie Nadine mehr, als ich bisher angenommen hatte. Am Samstag habe ich meinen Freund Andi besucht, dem ein ziemlich bekannter Plattenladen in Berlin-Kreuzberg gehört. Weil bei ihm Alkohol auch in einem bemerkenswerten Maße Lebensphilosophie ist, hat er in seinem Laden einen großen Kühlschrank aufstellen lassen, der mit Bierflaschen gefüllt ist. Abends sitzt er dann mit Leuten, die Heini, Atze oder Porno genannt werden und sehr tätowiert sind, auf der Bank vor dem Laden. Sie trinken Bier und unterhalten in gewisser Hinsicht einen verhältnismäßig großen Abschnitt der Oranienstraße. Diesmal war auch ich dabei. Ich kam gegen 8 Uhr, wurde lautstark begrüßt und nahm mir erst mal ein Bier. Auf der Strichliste, auf der Andi die getrunkenen Biere notierte, las ich dann, wie weit die anderen schon waren. Andi hatte drei Bier getrunken, Erol 5 und Atze 22. 22,5 Liter Flaschen, 11 Liter Bier? Atze konnte noch stehen, sich sogar artikulieren. Der Mann war offensichtlich im Training. Atze ist Sänger einer bekannten deutschen Street-Punk-Band, einer Band, die in ihren Anfangstagen, als er noch im Gefängnis saß, nur Konzerte spielen konnte, wenn er Ausgang hatte. Irgendwann stellte Atze fest, dass es nun langsam an der Zeit wäre, auf Schnaps umzusteigen. Er verabschiedete sich und machte sich auf den Weg in den Trinkteufel, einer Kneipe, in der, wie mir Andi versicherte, in der Regel jeden Abend mit einer Schlägerei zu rechnen ist. Während Andi mir erzählte, dass er zu seiner Eigentumswohnung gerade alle Wohnungen der Etage, in der er lebt, dazugekauft hatte, überlegte ich, ob ich meinen Berlin-Besuchern den Trinkteufel empfehlen sollte. Dann hätten sie in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, sicherlich einige aufsehenerregende Geschichten zu erzählen. Berlin ist beliebt. Meine Kölner bekannte Carina ist auch gerade in die Stadt gezogen. Am Wochenende schrieb sie mir eine E-Mail, in der sie feststellte, ich bin schon sowas von eine Berlinerin. Aha, schon jetzt. Es geht offensichtlich immer schneller, in Berlin anzukommen. In einigen Wochen kennt Carina die Stadt wahrscheinlich besser als ich. In einem halben Jahr wird sie mir die Stadt erklären können. Carina ist bereits jetzt auf dem besten Weg, ein besserer Berliner zu sein, als ich es je war. Zumindest weiß ich jetzt, bei wem ich Rat suchen werde, wenn mich wieder einmal auswärtige Freunde nach einer lohnenswerten Abendplanung fragen. So. Das war schon mal super, oder? Fantastisch. Jetzt mache ich nochmal ein Gebiss rein. Jetzt mache ich nochmal ein Gebiss rein.